Willkommen zu Millets Geburtstagsfeier, meine lieben, zwei Monate danach, nach ihrem Geburtstag, feiern wir endlich mit ihren Freundinnen, und zwar Motto-Party-Polizei. Und ab geht's ans Dekorieren. Danke, ich komme rein. Danke schön, danke schön, danke schön, danke, danke, ich habe sie oft wieder gesehen, danke. So, hat sie das Essen vorbereitet? Gruselfinger gibt es auch zum Eisen in Wisch, Gruselfinger hätten wir noch, Wisch an Gruselfinger. Nein, nein. Essen, Essen, Essenszeit ist, jetzt gibt es gleich was zu essen. Uh, hallo Millet, Oberkommissarin. Also belegen dürft ihr selber, ob ihr Ketchup rein wollt, oder Dressing, oder Zwiebel, oder Gurken, okay? Nein, das sind Zwiebel. Ich liebe die. Ja, ich auch, Berra. Die Mama von Dida ist heute auch super. Hallo. Hallo. Jetzt machen wir mal Geschenke zuerst auf. Oh, wie schön. So, jetzt habe ich es gecheckt. Zeig mal. Jetzt habe ich es eigentlich gecheckt. Hast du es gecheckt? Ja. Aber wir können ja, keine Ahnung, entweder im Winter in Rotam oder im Sommer. Genau. Zusammen mit Ronja, das war eine gute Idee Ronja. Ach so. Das ist super. Bei dir bin ich im Sommer bei dir, dann bezahlst du mir jetzt ein. Ah, jetzt habe ich es. Genau. Und ein Schwimmbad. Oh, schöne Karte. Alles Gute Nacht. Von Adea von Millet. Müller. Cool. Müller Gutscheine sind. Das ist Babybrei. 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 So gehört Millet auf die Babybrei. Oh, wie süß ist das. Das bitte. Zeig mal. Oh Gott. Da steht auch, wenn sie Geburtstag hat. 4. April. Ui. Nein, ich möchte mich irgendwie geholt haben. Berras Geburtstagsgeschenk. Lecker. 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 Das esse ich. So. Sommerliebe. Oh, ist der schön. Schön. Was ist da drin? Das kann man wegmachen. Geld. Das kann man wegmachen. Nein, Berra. Das machen wir nie mehr weg. Das schaut ja so cool aus. Ich kann auch der Kreis bei der Kleber. Hast du das gemalt? Ja. Oh, ist der süß. Meine Mama hatte die Idee. Milet. Wie schön ist das bitte, Milet. Kreativ. Dankeschön. Was kommt da raus? So. Ja. Habe ich von dem Video erbauen. Aha. Kann ich jetzt mal wieder spielen. Cool Parfüm. Zeig mal was dein Parfüm ist. Riecht man das da schon raus? Riecht man das da schon raus? Doch. Riecht man das schon ein bisschen. Ja. Dieser Mini Pink da. Mini Pink. Okay. Oh, guck mal. Da war ich bei ihr. Was steht da drauf? Family Fun Milets Welt. Cool. Oh, lecker Fettchen. Lecker Lebkuchen. Echt? Ja. Schokolade ist immer gut. Schokolade ist immer gut, ja. Ja. Sie hat's gecheckt. Danke. Bitte mal. Ich gebe euch auch schnell was. Kann ich jetzt schon geben? Ja, kannst du geben. Die kriegen ja auch was. Also eins für dich. Okay, danke für mich auch. Eins für dich. Danke. Eins für dich. Danke. Eins für dich. Danke. Eins für dich. Danke. Eins für dich. Und eins für mich. Jetzt müssen wir dann versuchen, so schnell wie möglich das Ding mit dem Ball dahinter zu kicken. Und das schaut dann richtig lustig aus, weil ich muss ganz weit runter noch nicht. Und dann... Ja. Wuhuuu. Auf dich. Auf dich. Auf dich. Fertig. Los. Los, Mini. Was ist das? Darf man dazu tief runter gehen? Hä? Aha. Oh, schlecht. Was macht das heute? Die geht mit ihrem Kopf vor. Ich hab ihm gebraucht. Gibst du auf? Ja, ich gebe auf. Okay. Auf dich. Fertig. Wie geht das? Schau. Das ist schwer, gell? Oh, das geht nicht. Ja, gell? Wie geht das? Du wirst ihn hinten absetzen, dass er mal durch ist. Wow. Wow. Oh. 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 Ich gebe auf. Oh. 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 Oh, erste Siegerin, Ade hat's geschafft! Guck mal, 50 Sekunden. Pass auf, Berra gewinnt gleich. Ich schaff das nicht. Doch, du schaffst es. Du hast ja schon die Hälfte, Berra. Guck. Erster Platz ist nicht mehr möglich, aber Zweiter kannst du nicht mehr werden. Ja, jetzt kommst du raus. Ja, jetzt ist die Hälfte aber schon. Oh, geschafft! Bravo, Berra hat's geschafft. Platz 2 hat sie sicher. Platz 1 ist die Adea. Platz 2 ist die... Die Berra. Platz 3? Platz 3 ist Ronja. Platz 3 ist Ronja. Platz 3 ist Ronja und die anderen haben aufgegeben. Platz 3 ist Ronja und die anderen haben aufgegeben. Platz 3 ist Ronja. Die hat die Technik raus du, hör mir auf! Platz! Ja! Platz 3 ist Ronja. Los! Ja! Und Berra hat Handschellen. So, wer rettet dich jetzt? Da muss die Polizei her. Polizei, schnell, Rettung, letzte Sekunde. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, liebe Mene. Happy Birthday to you. Ich muss sie von der Seite fotografieren. Bravo. Wow, zukünftige Polizistin, Mene. Mehr von euch findet den Fehler im Text. Zukunft...dikte. Ja, genau. Zukunft-dikte. Eins, zwei, drei. Schau mal her. Arme Auto. So, super. Lecker. So. Also vom Kleinsten am Jüngsten fangen wir an. Wer kommt Nächste? Wer ist die Nächste? Wer ist die Nächste? Sie. Sie ist sie. Echt? Ja. Und Mädels, schmeckt euch der Kuchen? Nein. Und wer ist jetzt die Gruselfinger? Ich. Ah, okay. Jetzt lassen wir alle probieren danach. Guck mal, du hast die größte Schüssel. Da hast du ein bisschen weniger drin. Zwei Zutaten reinmischen. Stopp. Kann ich so viel? Jubidulisch. Du kannst auch noch ein bisschen mehr reintun. Komm mal ein bisschen und so. Nein. Wie kriegt man das so auf? Aber ich war froh. Hey, wie macht's? Wie kriegst du den so fest? Guck so. Guck mal. Bei ihr muss noch Kontaktlinsen lösen rein. Habe ich jetzt gerade noch? Richtig schön umrühren, Ronja. Du musst festrühren. Nein, das ist voll schwer geworden. Okay. Danke. Keine Panik kriegen. Das geht gleich. Machen wir schon. Ja. Kannst du mir ein bisschen Kontaktlinsen geben? Mach mal. Mach mal die Fäfte ein bisschen. Bleib an. Mach mal. Soll ich jetzt nicht mehr. Soll ich jetzt nicht mehr. Berraschleim. Cool. Melee, deins? Der glitzert. Der sieht voll schön aus, wenn man so zieht. Gell? Deins ist hier richtig weiß. Wuhu! 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 Bingisu, zeig mal deins. Guck mal jetzt. Ich lass das nicht einmal hoch. Wow, da sind ja auch so ein paar drin. So, Adea, deins? Auch so ähnlich. Guck mal, Anik, Melee! Kamera steht nicht scharf. Kamera steht nicht scharf. So, und Ronjas. Cool. Echt schöner Schleim geworden. Und der Papa kämpft noch. Lässe, fertig, los. Nicht schütteln. Wuhu! Wuhu! Bing! Bing! So, jetzt werden die Mädels abgeholt. Schleims dürfen sie auch mitnehmen. Zuhause in die Tupperbox rein. In die Tupperbox oder so. Okay. Mission aufräumen erledigt. Mädchen schreien rum draußen. Ja, dass sie draußen rumschreien. Ja, eine ist noch da. Eine Freundin ist noch da. Der ist hier gerade draußen. Und wir haben in der Zeit schon alles aufgeräumt. Hier, seht ihr? Das einzige, was noch hängt, ist das Happy Birthday. Wir waren fleißig. Was wollt ich? Ach komm, jetzt bitte filmen. Ziehen Sie endlich mal! Wie? Ich muss den... Ich verstehe nicht, was du bist. Bitte! Mach die Kamera! Bitte, es schmilzt. Was soll ich denn machen? Ja, das Ding da wegziehen. Ja, dann warte mal. Ich muss erst die Kamera ausschalten. Ja, sehr schön zu machen. Ich sollte alleine. Kamera weglegen und so. So, jetzt habe ich es alleine. Also geh doch auch ohne. Ach, geh einfach. Und das war's mit unserem Geburtstagsvideo, meine Lieben. Mele spielt noch mit ihrer Freundin oben die Geburtstags-Nachfeier nach zwei Monaten. Ich habe gerade dieses Band da weggemacht. Jetzt schwitze ich ein bisschen dran. Ich hoffe, das Video hat euch Spaß gemacht. Gebt uns einen Daumen nach oben für Meleys Geburtstag. Abonniert unseren Kanal. Mele ist übrigens neun Jahre alt, weil immer die Fragen kommen. Und der Geburtstag ist schon lange her. Es war im August. Okay. Na? Was machst du dann? Und Glocke aktivieren, dass ihr keine Videos mehr verpasst. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss!